Ich lerne Deutsch. Nummer 14.928 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lass uns mal gemeinsam nachschauen. Lass uns mal gemeinsam nachschauen. Bringst du mir Augentropfen aus der Apotheke mit? Die Flasche ist leer. Bringst du mir Augentropfen aus der Apotheke mit? Die Flasche ist leer. Bringst du mir Augentropfen aus der Apotheke mit? Die Flasche ist leer. Meine Frau und ich unterzeichnen den Kaufvertrag des Hauses beim Notar. Meine Frau und ich unterzeichnen den Kaufvertrag des Hauses beim Notar. Meine Frau und ich unterzeichnen den Kaufvertrag des Hauses beim Notar. Regina schrie vor Wut, als sie die Nachricht hörte. Schließlich beruhigte sie sich aber wieder. Regina schrie vor Wut, als sie die Nachricht hörte. Regina schrie vor Wut, als sie die Nachricht hörte. Schließlich beruhigte sie sich aber wieder. Die zentrale Botschaft des Films ist die Bedeutung von Freundschaft. Dies bedeutet, dass die Hauptaussage oder das wichtigste Thema des Films die Bedeutung von Freundschaft ist. Unter tausenden von Anlagemöglichkeiten suche ich die besten für meine Kunden aus. Unter tausenden von Anlagemöglichkeiten suche ich die besten für meine Kunden aus. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Desmudian von Anlagem ... Musik ... Vielen Dank.